Lifty und Scoop, die Roboter und Lea, machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo, Leo der Lastwagen. Das ist das Haus der Roboter. Es ist früh am Morgen. Roboter, bist du schon wach? Guten Morgen! Was ist das denn? Eine Überraschung! Der Roboter weiß nicht, was das sein soll. Hallo Roboter, das ist ein Ei mit einer Überraschung drin. Blauer Roboter, wirf das Ei runter. Hm, na also. Aha, jetzt wissen wir, von wem das Überraschungsei ist. Das ist Lea und Leo hilft auch mit. Hallo Leo, hast du alles? Na klar. Die Teile kommen alle in die Eier. Deckel drauf. Und jetzt verstecken wir die Eier. Leo und Lea werden die Eier verstecken. Und ihre Freunde Scoop, Lifty und die Roboter müssen dann auf Eiersuche gehen. Mal überlegen, wo könnten wir die Eier verstecken? Okay, ein Ei kommt hier hin. Und eins hier. Hm? Hm? Hm, hm. Hihi, schon besser. Alle Eier sind versteckt. Scoop, der Bagger, fährt aus der Garage raus. Hä? Oh. Interessant. Lifty hat auch schon eine Überraschung gefunden. Wo wollen denn die Roboter mit ihrem großen Ei hin? Schaut, ich habe ein Ei gefunden. Ich auch. Und die Roboter auch. Das sind Überraschungseier. Na los, macht sie auf. Lifty, das wird spaßig. Was hat Scoop bekommen? Einen kleinen Waggon. Und die Roboter? Bahngleise. Und was ist in Lifty's Ei? Noch ein Waggon. Lasst uns die Bahngleise zusammenbauen. Stellt die Waggons auf die Bahngleise. Und wo sind die restlichen Teile? In den anderen Eiern. Und ihr müsst die Eier suchen. Hurra! Alle sind begeistert. Na, dann macht euch mal auf die Suche. Lifty will zwischen den kaputten Autoteilen nach Eiern suchen. Oh, etwas rundes. Ist das ein Ei? Das ist ein Scheinwerfer. Äh, schau mal. Zwei Eier. Bravo! Und was macht Scoop? Er sucht keine Überraschungseier. Will er etwas backen? Ich bereite auch eine Überraschung vor. Er backt Schokoeier. Mmh, lecker. Hier ist noch ein Überraschungsei. Mmh. Juhu. Vorsicht, Roboter. Hoch mit dir. Lea, kannst du den Robotern helfen? Roboter? Wärme. Kalt. Da ist nichts. Wärme. Wärme. Kälter. Heiß. Der lilafarbene Roboter hat das Ei gefunden. Lasst uns die Eier aufmachen. Eine Lokomotive. Eine Lokomotive. Lifty. Und was ist in deinen Eiern? Ein Waggon. Bahngleise. Und eine Brücke. Wo ist denn Scoop? Überraschung. Was für ein Spaß. Das war ein toller Tag voller Überraschungen. Lasst uns mit dem Zug spielen. Töp, töp. Töp, töp. Und was ist hier? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Töp, töp. Wir kijken. Untertitelung des ZDF, 2020